Allergie, starke Rackwett-Saison droht. Die Allergiesaison neigt sich dem Ende zu, und empfindliche Menschen müssen noch ein letztes Mal leiden. Die Belastung durch Rackwett wird heuer äußerst heftig ausfallen. Schuld ist der regenreiche Juni, berichtet der Pollenwarndienst der Medeniwien. Beifuss und Rackwett sind die letzten Pflanzen, deren Blütenpollenallergikern in diesem Jahr noch zu schaffen machen. Plus mehr zum Thema Allergie plus während die Experten in Sachen Beifuss mit einer ähnlichen Belastung wie im Vorjahr rechnen. Sieht es beim Rackwett weniger gut aus? Durch die hohen Regenmengen im Frühsommer werde das Unkraut in manchen Regionen besonders lange blühen. Nordburgenland und nur troffen Rackwett, auch Traubenkraut oder Ambrosia genannt, mache ihre Blühbereitschaft nicht nur von der Licht-, sondern auch von der Regenmenge abhängig, sagt Uwe E. Berger, Leiter des österreichischen Pollenwarndienstes sowie der Forschungsgruppe Aerobiologie und Polleninformation an der Medizinischen Universität Wien. Plus mehr zum Thema Pollenallergie und Heuschnupfen plus am heftigsten fällt die Belastung laut Berge im nördlichen Burgenland und in Niederösterreich aus. Für Kärnten und die Steiermark rechnen die lokalen Pollenwarndienste mit einer ähnlichen Situation wie 2012. Plus mehr zum Thema allergisches Asthma plus erste Belastungen sind ab Mitte August im Osten, Süden und Norden Österreichs zu erwarten. Die Saison wird je nach Wetterlage bis in den Oktober hineindauern, mit ihrem Höhepunkt Ende August. Unsere wissenschaftlichen Analysen zeigen einen eindeutigen Trend zur Verlängerung der Saison. Unter den richtigen Wetterbedingungen muss auch heuer wieder mit einer um zwei bis drei Tage längeren Saison gerechnet werden, so Berger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017